Ich wünsche allen einen wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen zurück zu Minecraft. Ja, die Fledermäuse schwirren immer noch in unseren Kopf, während wir verwirrt sind und nicht wissen, wie wir aus der Höhle kommen. Nee, doch eigentlich habe ich eine grobe Orientierung, wie wir wieder rauskommen. Ich glaube schon. Es müsste uns möglich sein, es aus dieser verfluchten Höhle wieder rauszuschaffen. Wir haben so wertvolle Fracht dabei. Wir haben die Lava dabei. Wir haben das Obsidian dabei. Wir haben so viele tolle Sachen dabei. Und Kohle. Und Level. Gerade wieder. Und unser Inventar ist voll. Egal. Wir haben ja alles, was wir brauchen dabei. Daher. Komm. Komm. Eisen. Dankeschön. Wir müssen unbedingt mal unsere Werkzeuge reparieren. Ich bin ja Diamanten. Habe ich ja noch. Aber... Was ist das? Achso. Okay. Ähm... 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 Es sind ja auch alles Level. Und die brauchen wir ja schließlich auch. Früher oder später. Das Eisen nehmen wir auch mit, weil... verarbeitet. Bringt das ja auch gut Level. Das ist ja auch gut Level. So. Ich weiß Bescheid. Alles easy. Hier war dieser Höhlengang. Hier ging es hoch. Genau. Dann ging es hier weiter. Ähm... Was habe ich hier für ein Quark markiert? Ich glaube, dass es hier lang geht. Ich hoffe, dass es hier lang geht. Ja, hier ist... Die Lava, die Lava, die wir damals... Ich glaube, sie die... Äh, nicht im... Den normalen Pflasterstein verwandelt haben. Damit wir hier gefahrlos runterkommen. Das ist... Das ist der richtige Weg. Ich weiß es. Ich habe das im Gefühl. Da geht's weiter. Das ist die nächste Steinsäule. Hup. Oh. Hä? Oh nein. Um im Dorf sind Zombies. Und ich habe vergessen, wie sie... Ah, keine Panik. Keine Panik. Keine Panik. Wie geht's hier raus? Wo geht's hier lang? Hier oben. Moment. Hier? Nein. Hä? Ich war mir ziemlich sicher, dass hier ein Weg ist. Ziemlich sicher. Ah, hier. Aha. So, dann sind wir hier die Blümchen. Also ich höre schon wieder den Blob. Aber wir müssen jetzt erst mal die Dorfbewohner retten. Stille von Klingelt. Moment. Da muss ich vielleicht schneiden. Mal gucken. Wie ging es hier raus? Wie ging es hier raus? Vielleicht links? Vielleicht rechts? Ah, ich höre die Zombies. Das ist ja auch gegangen. Definitiv. Aber es ist doch hell. Ah. Oh. Direkt, du Zombie. Ah. Wir haben die Dorfbewohner gerettet. Grandios. Geht's euch gut? Sehr schön. Das freut mich. Zu hören, dass es euch gut geht. Lass mal was essen. Nom, 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 nom. Ah, wir haben es geschafft. Wir sind raus. Wir haben das ganze Zeug dabei. Froh bin ich froh, dass wir es geschafft haben. Und man sieht jetzt auch schon hier die unfertigen Türme. Die müssen wir echt mal zu Ende bauen. Es wäre eine Maßnahme. Aber es sieht auch irgendwie cool aus. So unfertig. Wie so eine eingefallene Sturmruine. Warum lädt da die Map nicht? Minecraft? Was soll das? Warum lädst du die Map nicht? Wir können da voll durchgucken und so. Ist ja voll die Cheaterei. Aha. Da sehen wir unser Lagerhaus. Sieht auch cool aus. Oh. Menno. Wieso lädst du das jetzt auf... Minecraft ist komisch. Tüdelülü. Eigentlich müsste doch hier noch ein Turm sein. Oder haben die unseren Turm gesprengt? Dankeschön. Auch nur wenn ich nah dran stehe irgendwie. Ist ja sehr merkwürdig. Ja, da fehlt auch dir einfach... Einfach... Da fehlt einfach was. Dankeschön. So. Lichtert das noch nicht nach. Frech haltet. So, Schmied steht noch. Hm. Na gut. Bringen wir das ganze Zeug erstmal ins Lagerhaus. Da, wo ich hingehört. Bro. Eigentlich einlagern. Das kommt da rein. Das kommt da rein. Noch was wertvolles gefunden. Was da rein könnte. Ja, ob sie die an, ne? Oh, da haben wir ja auch schon noch ein bisschen. Jetzt haben wir noch ein bisschen mehr. Auch okay. Kohle. Kohle. Ein bisschen behalte mal im Inventar. Typ. Na nü. Ein bisschen Stein haben wir auch wieder geholt. Das ist auch nicht schlimm. Ganz im Gegenteil. Sogar recht gut. Weil Stein können wir irgendwie immer gebrauchen. Ein bisschen Kies und Flint. Ein bisschen Müll. Äh. Zombie-Fleisch kommt auch mit rein. Dann kommen hier die Pfeile rein. Da haben wir auch schon 32. So ein halbes Deck zusammen. Das ist auch nicht schlecht. Keineswegs. So. Ähm. Jetzt habe ich kurz die Tasten gesucht. Erde. Und dann würde ich sagen, kippen wir gleich mal die Lava. L-l-l-l-l-l-lava. Lava-eimer aus. So lange, wie wir sie haben. So. Einfach hier direkt. Mitten auf dem Feld ausgeben. Nein. Natürlich nicht. Die Lava kommt dahin, wo sie... Warum lädt die Map nicht nach? Was soll denn das? So viel habe ich... Freche Minecraft-Map. So. Läht das so? Kann man das auch so wie Wasser? Sieht voll komisch aus. Nee. So. Da kommt hier noch einer hin. Und... Hier vorne. Sehr schön. Jetzt brennt nicht alles ab. Wehe. Nee, das müsste er eigentlich halten. Das ist eigentlich gut konstruiert hier. Dieser... Lava-Brunnen. Ja, gut. Unendlich Lava kriegt man leider nicht raus. Das wäre cool, aber... Geht leider nicht. So. Aber okay. Hm. Mö. Ihr seid keine Sch... Ach nee, das sind Kühe. Können auch mal gucken, dass wir... ...viele Schafe vielleicht so ein Gehege bauen. Und überhaupt. Wie sieht es denn hier aus? Kann man da... Ich muss mir das mal von oben angucken. Dann könnt ihr auch mal wieder einen Blick von oben auf unser gebautes... ...äh... ...allerlei... ...werfen. Ja, von oben sieht die Schmiede gar nicht mal so kacke aus. Ich meine, vielleicht bauen wir ja hier auf dem Berg noch ein bisschen was. Ah, die Türme sind auch nicht fertig. Ich weiß. Muss ich mal... ...wahlweise bennen. Den Bau der Türme. Hm. Wo können wir Schafe hin tun? Oder wir tun Schafe auf die andere Seite. Moment, da kraxle ich jetzt einfach mal den Berg hoch. Hopp, hopp, hopp. So, schön schneebedeckte Berg. Man könnte Schafe ja auch hier so hin tun. Dass man da sich so ein... ...Schafsgehege baut oder sowas. Das wäre eine Maßnahme. Habe ich da gerade was im Wald gesehen? Ist da gerade was rumgeschlichen? Nö. Okay. Ähm. Hm. Hm, hm, hm. Hier Schafe. Das wäre so das Zwischending. So viel Krach machen die jetzt. Ja gut, Schafe machen Krach. Wir brauchen Schafe. Dann sind sie nah am Lagerhaus. Ich glaube Schafe geht man öfter ernten. Also ernten. Schafe ernten. Ne, Scheren. Wir wollen ja die Wolle... ...erwirtschaften. Quasi. Ähm. Ich bringe jetzt einfach... Oh, ouch. Ne, dann machen wir das so. Bauen wir hier Schafsgehege. Ähm. Welche Höhe? Welche Höhe? Ich denke etwa die Höhe hier. Ja, dazu brauchen wir allerdings erstmal Stein. Haben wir denn noch Stein? Oh, guck mal. Gar nicht mal so viel. Äh. Oh ja. Egal. Muss reichen. Das nehme ich auch schon mal mit, weil das werden wir auch brauchen. Ne. Nicht die. Ich nehme die mit. Die sind besser. Jo. So. So. Ich tue mal hier noch die Eimer... Ups. Die Eimer rein. Ich brauche sie jetzt gerade nicht. Und... Hier ist so... Keine Ahnung. Eisenerzeugnisse. Rüstung. Schwerter. Waffen. Waffeln. Wir ziehen mit Waffeln in den Kampf. So. Ich würde sagen, lassen wir zwei frei. Und dann... Baue ich hier so ein Schafsgehegel. Wie weit? Keine Ahnung. Hm. Ähm. Ich habe keine Ahnung. Vielleicht auch drei breit. Dann könnten wir nämlich hier... Hier direkt noch den Weg zur Mine hinterbauen. Machen wir es lieber so. Machen wir es lieber drei breit. Dann muss ich das zwar noch mal alles abruppen. Aber... Äh. Ja gut. Meine Güte. Es gibt Schlimmeres. So. Machen wir es jetzt halt drei breit. Erstmal noch ein Steak. Das sind eins, zwei, drei. Also hier. Hier so. Dann haben wir vielleicht auch mehr Platz nach hinten. Toc, toc. Toc, toc. Toc, toc. Toc, toc. Ich will das schon recht groß machen, das Schafsgehege. Ich denke, das reicht. Ähm. Hm. Jetzt wird es tricky. Erstmal die Ausmaße angucken. Das sind eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Und ein mehr und da geht es dann rum. Schau. Toc. Toc, 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 toc. Huch. War einer zu viel. Egal. Was mache ich denn hier? Hä? Minecraft. Du verwirrst mich gerade. Oder ich verwirre mich in Minecraft. Oder. Oder. Aha. So. Muss ich gucken. Nicht, dass wir hier auf einmal schon an der Straße anbauen. Hm. Toc, 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 toc. So. Machen wir hier dicht. Muss die Straße zwar auch ein bisschen höher. Ja gut, das stört ja nicht. Machen wir hier einmal rund da rum. Eine Feier. Eine fette, fette, fette Party. Yeah. Ist so fett, die Party. Ich glaube sie gar nicht. So, dann kommt hier noch einer dazwischen. Da kommen. Es wird wahrscheinlich nicht reichen. So wie ich das jetzt gerade so. Mir in ungescheinlicher Betrachtung feststellen muss. Aber okay. Das ist ja nicht schlimm. Ups. Au. Ehe noch ein bisschen. Material. Moment. Hm. Da bauen wir das auch ein bisschen anders, das Gehege. Dann haben wir drei verschiedene Gehege. So nach dem Motto. Ich kann nachts nicht schlafen. Ich kann nur nachts schlafen. So rum. Ich kann nachts nicht schlafen. Ja. Äh. Moment. Nein. Da steht was anderes. Wir nehmen mal doch noch so eins mit hier. Äh. Was? So. Hier. Ordnung. Ordnung muss sein. Dann lassen wir die hier doch nochmal zurück. Nehmen noch ein paar Steaks Dreck mit. Das sollte eigentlich... Ich weiß nicht. Reicht zwei ja? Ich hoffe es. Dann schlafen wir noch eine Runde. Gehege. So. Genug geschnarcht. Wir müssen weitermachen. Hui. Guten Morgen. So. Da ist schon die erste Kuh. Aber wir wollen kein Kuhgehege. Nein, Kuh. Nicht in das Gehege. Steht total unbeteiligt da. Hä? Sehr schön. So. Dann würde ich sagen. Machen wir hier einfach so eine Schicht. Eine Schicht Drakken. Oder eine Fackel. Falls da. Irgendwie. Keine Ahnung. Spinnen spawnen müssen. Oder so. Ich weiß gar nicht. Ob die dann da spawnen können. Ich glaube das muss drei hoch sein. Damit die spawnen. Oder so. Ist ja auch egal. Einfach eine Fackel drunter. Und dann spawnt da keine Spinne. Problem gelöst. Ich habe das Gefühl. Wir haben nicht genug Dreck dabei. Es sieht sehr danach aus. Aber das Schöne ist. Unser Lagerhaus ist ja quasi direkt um die Ecke. Da können wir uns Nachschub holen. Wir haben ja vorgesorgt. Haben wir? Oh oh. Ich hoffe doch. Ja doch. Wir hatten ja noch ein paar Stacks übrig. Tak, tak. So und jetzt ist gut. Dass wir hier rausgehen können. Lü, lü, lü. Äh. Kuh. Was machst du da? Nein Kuh. Nicht in das Gehege. Böse Kuh. Hm. Kuh macht einfach was er will. Hä? Moin. So. So. Ja. Ne und dann würde ich sagen. Ist zwar noch nicht fertig. Und bevor die Kuh hier ins Gehege geht. Wende ich einfach mal die Folge. Und wir sehen uns einfach morgen wieder. Wenn es wieder heißt Minecraft. Bis dahin bedanke ich mich fürs Zuschauen. Und sage. Haut rein. Und ciao ciao. uras email. Böse. No. Böse. Böse.